Die dritte Teildisziplin des zweiten Testblockes ist das Seilspringen. Der Test erfordert die Ausführung von Seildurchschlägen pro Minute, wobei lediglich einfache Durchschläge erlaubt sind. Es gibt keine Vorgaben zur Beschaffenheit des Seiles. Der Test ist erfüllt bei Erreichung der Wiederholungen pro Minute. Genauere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dein Interesse und viel Erfolg beim Auswahlverfahren! Bis zum nächsten Mal!